Hi, wir kommen zu einem neuen Video von meinem Kanal. Ich habe jetzt schon länger kein Video mehr rausgebracht. Doch, habe ich. Und, ja, ähm, keine Ahnung, was ich sagen wollte, aber... Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Warum kriege ich immer Nachrichten, wenn ich ein Video mache? Ey, was ist das? Merkt ihr, kriegt ihr auch immer so viele Nachrichten? Und dann, wenn sowas ist was, oh, mein Handel ist übereingeschlafen. Was ist denn hier los? Oder wenn ich ein Video aufnehme? Hilfe!